Hallo zusammen und willkommen zurück zu Kotlin natürlich. Heute mit drei kleinen schönen praktischen Funktionen, die man auf Listen ebenso anwenden kann. Und ja, die will ich euch heute direkt einfach mal zeigen und zwar machen wir hier einmal wieder mal Basic List. So, und jetzt können wir hier direkt anfangen und einfach die Funktion Distinct aufrufen. Distinct ist eine sinnvolle Funktion, wenn ihr zum Beispiel Duplikate aus einer Liste rausschmeißen wollt. Im Endeffekt wird dabei eine neue Liste erstellt, die genau das beinhaltet, nämlich jedes Element genau einmal. Das heißt, hier wird die doppelte 4 rausgeschmissen, hier wird die doppelte 3 rausgeschmissen und zwar immer genau die zweite und dritte Variante davon. Das heißt, immer das erste Vorkommen jeder Zahl oder das erste Vorkommen jedes Element bleibt euch erhalten und das zweite Vorkommen von der 3 und der 4, die werden eben rausgeschmissen. Und das ist distinkt, relativ simpel und super einfach zu benutzen. Und dann geht es direkt noch weiter. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, Distinct sozusagen für zwei Listen zu nehmen und dort dann quasi eine Liste draus zu machen. Und das Ganze nennt sich sozusagen Intersect. Intersect nimmt natürlich eine Liste als Parameter. Das heißt, wir nehmen hier jetzt einfach mal, upsala, List of. Und dann sagen wir hier, wir nehmen 3, 4 und 1. So, und was dann passiert ist folgendes. Wenn wir diese Listen intersekten, dann sagen wir, okay, jedes Element, was in dieser Liste und in dieser Liste hier drin ist, das darf übernommen werden. Wir übernehmen allerdings die Reihenfolge von unserer ersten Liste, also von der Liste vorne dran, nicht von der hinten dran. Das hier ist ja eine Liste, die hat eine völlig andere Reihenfolge, also 3, 4, 1. Völlig eine Reihenfolge als 4, 1, 3. Das ist einfach nur die Standardreihenfolge. Während wenn ich jetzt zum Beispiel hier 3, 3, 4, 1 mache, dann passiert folgendes. Dann nehmen wir trotzdem die 3 nur einmal. Das heißt, es ist im Endeffekt erstmal ein Distinkt auf dieser Liste, also das heißt, nur eine 3 davon wird übernommen. Und dann wird noch die Schnittmenge gebildet. Vielleicht sagt dem ein oder anderen dieses Wort was. Schnittmenge bedeutet Elemente, die sowohl in der Basic-List als auch in dieser neuen Liste hinten dran vorhanden sind. Und ja, wie gesagt, die Reihenfolge von der Basic-List wird übernommen. Gut, anschließend noch ein letztes und zwar, das ist wahrscheinlich das, was ihr am häufigsten verwendet werdet. Hier Basic-List.Union. Union ist eine tolle Funktion, die im Endeffekt genau das macht. Und zwar sagen wir hier auch wieder, wir brauchen eine Liste von 9, 8 und 7 zum Beispiel. Und was dann passiert ist einfach folgendes. Wir haben hier die Funktion Union, die uns quasi diese beiden Listen vereint. Allerdings vereint sie uns diese Listen auf eine ganz spezielle Art und Weise. Denn Distinkt wird zuerst aufgerufen auf dieser Liste hier. Das heißt, also auf der Basic-List und auf der anderen Liste auch. Also wenn ich hier jetzt zum Beispiel 9, 9, 8, 7 mache, dann sehen wir hier, okay, wir schmeißen im Endeffekt alles in einen Pod. Dabei zuerst die Liste, die vorne dran steht, also die Basic-Liste und danach die neue Liste und dann führen wir noch ein Distinkt aus. Eure Aufgabe, das ist jetzt gerade eine kurze Übung, ist jetzt diesen Union-Befehl hier mal umzuschreiben, sodass ihr Union nicht verwendet, sondern nur Distinkt. Und den, naja, den anderen Operator verrate ich euch nicht. Das wäre zu langweilig dann diese Übung. Alles klar, aber Distinkt dürft ihr verwenden. Gut, dann bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir wollen das jetzt gemeinsam mal kurz lösen. Und zwar ist eure Aufgabe, ihr solltet diese Liste hier generieren, ohne Union zu verwenden, aber mit natürlich dieser Liste hier auch noch. Das heißt, was wir zunächst einmal machen, ist folgendes. Wir haben hier unsere Wahl-Zwischenliste, Intermediate-List, nenne ich sie jetzt einfach mal. Die ist quasi unsere Liste zwischendrin. Das ist die Basic-List plus natürlich diese Liste hier hinten. So, und jetzt kann sich der ein oder andere schon denken, was die Lösung davon ist. Nämlich Printline und zwar sagen wir dann hier die Intermediate-List.Distinkt. So, und das ist im Endeffekt genau der Union-Befehl, der hierbei ausgeführt wird. Im Endeffekt kommt genau dasselbe bei raus. Das heißt, wir konkatenieren diese beiden Listen und führen dann ein Distinkt aus. Ihr könnt natürlich auch zuerst das Distinkt hier drauf ausführen und dann auf der anderen Liste. Das heißt, wir können es auch so machen. Das geht in diesem Fall auch. Aber einen kleinen Unterschied möchte ich hier kurz noch anmerken. Und zwar, wenn ich hier eine 3 reinhänge und hinten dran noch eine 4 ranhänge, dann sehen wir, dass, ähm, da müssen wir das natürlich hier unten auch noch ändern. So, ähm, also wenn wir hier die 3 und die 4 noch einfügen, hier oben bei Union, wird natürlich hier die 3 und die 4 auch direkt rausgemacht. Also quasi, ähm, weil ja die 3 und die 4 schon in der ersten Liste drin sind, werden die hier auch völlig ignoriert. Das heißt, die werden hier auch rausgefischt. Während hier unten werden die 3 und die 4 natürlich eingefügt, weil wir dieses Distinkt hier auf jeweils den Listen ausführen. Das heißt, wir führen erst das Distinkt auf der Basic-List aus und dann führen wir das Distinkt noch auf der zweiten Liste aus, was natürlich dann zu einer anderen Liste führt. Das heißt, wir, die 3 und die 4 fliegen, wenn wir hier hinten dran Distinkt ausführen, nicht aus dieser neuen Liste raus. Das heißt, diese Schreibweise mit zweimal Distinkt hier und hier, das ist eigentlich die falsche, sondern die eigentlich richtige Schreibweise wäre, dass wir hier das Distinkt erst ausführen auf der fertigen Liste. Das heißt, auf der Intermediate-List, wenn sie fertig gebaut ist, dann haben wir dieselben Ergebnisse. Das heißt, Union ist im Endeffekt erst konkatenieren und dann Distinkt ausführen und nicht andersrum. Die Reihenfolge ist hier auch tatsächlich wichtig. Das wollte ich euch damit nur zeigen. Gut, und ja, das ist im Endeffekt auch schon alles für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns. Bis dann. Ciao. Bis dann. Das war's.